Im Jahr 2017 wird die japanische Bevölkerung von Entsetzen ergriffen, nachdem ein erschreckender Fall gelöst wurde. Das Verschwinden einer jungen Frau führte zu einer Untersuchung, die eine grausame Reihe von Verbrechen aufdeckte. Diese grausame Geschichte spielte sich in Yokohama ab, der Hauptstadt der japanischen Präfektur Kanagawa. Die zentrale Figur in dieser tragischen Geschichte war die 23-jährige Tamura Aiko aus der Stadt Hachioji. Ihre Familie, bestehend aus ihren Eltern und ihrem älteren Bruder, wurde nach ihrem plötzlichen Verschwinden in Verzweiflung gestürzt. Tamura war ein ruhiges, zurückgezogenes Mädchen. Sie brach die Oberschule ab und lebte nach der Scheidung ihrer Eltern bei ihrer Mutter. Im Mai 2017 starb ihre Mutter an einer Krankheit, was für Tamura ein verheerender Schlag war und zu psychischen Problemen führte. Bei ihr wurde Schizophrenie diagnostiziert und ihr Zustand verschlechterte sich so weit, dass sie in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden musste. Trotz der räumlichen Entfernung unterstützte Tamuras Bruder sie über die sozialen Medien mit Worten des Trostes und der Hoffnung. Die Dinge liefen gut und es schien dem Mann, dass sich das Leben seiner Schwester langsam verbesserte. Doch im Oktober 2017 verschwindet das Mädchen spurlos. Während der verzweifelten Suche nach ihrer Schwester kommt eine Reihe von Verbrechen ans Licht, die ganz Japan erschüttern. Das Schicksal von Tamura und anderen Opfern ließ niemanden gleichgültig. Der Fall gilt als einer der abscheulichsten in der Geschichte des Landes. Reisen wir zurück an den 23. Oktober 2017. Es war ein Montag, der von Schweigen geprägt war, denn Tamura hatte sich den dritten Tag in Folge nicht gemeldet, sehr zum Entsetzen ihres älteren Bruders. Aus Sorge um ihre zerbrechliche Gesundheit und ihre Neigung zu impulsiven Entscheidungen beschloss er, ihre sozialen Medien nach Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort zu durchsuchen. Der Beitrag, der am 20. September geschrieben wurde, jagte dem Mann einen Schauer über den Rücken. Tamura schrieb, ich will sterben, aber nicht allein. Wenn du mich begleiten willst, schick mir eine SMS, ich bin bereit, mich in Tokio zu treffen. Hast du ein Auto? Unter mehreren Antworten war eine besonders beunruhigend, nimm illegale Substanzen oder Alkohol, um die Angst zu betäuben. Meine Wohnung steht dafür zur Verfügung. Tamuras Antwort, die er 21 Tage später erhielt, war voller Verzweiflung. Können wir es heute machen? Ich habe nur 1000 Yen. Wir können ohne Waffen auskommen. Wo befinden sie sich? Sind sie ein Mann oder eine Frau? Dieser Dialog beunruhigte Tamuras Bruder, der eine unheimliche Begegnung befürchtete. Um sie zu finden, gab er auf seinem Konto eine Vermisstenanzeige auf, in der sie den mysteriösen Mann beschrieb und die Öffentlichkeit um Hilfe bat. Nach einem Tag vergeblicher Suche meldete sich der Mann bei der Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Untersuchung ein, die schnell zu einer entscheidenden Spur führte. Tamura wurde zuletzt am 23. Oktober um 13.45 Uhr am Bahnhof Hachioji gesehen, in Begleitung eines Mannes Mitte 20 mit schulterlangem schwarzem Haar und schlanker Statur. Es wurde festgestellt, dass sie von Hachioji zum Bahnhof Matida und dann mit der Odawara-Linie zum Bahnhof Suba Daima in Asama gefahren sind, der weit von ihrer Wohnung entfernt ist. Um 14.04 Uhr waren sie bereits dort. Um 7 Uhr abends waren sie beide vom Bahnhof verschwunden. Der Fall nahm eine neue Wendung, als einer der Internetnutzer, der mit dem Mann kommuniziert hatte, auf Tamuras Konto schrieb und Informationen lieferte. Es handelte sich um eine junge Frau, die angab, sie habe sich mit dem Mann am 30. Oktober am Bahnhof Suba Daima verabredet. Die Polizei riet der Frau, sich nicht dorthin zu begeben und schickte stattdessen verdeckte Ermittler, unter denen sich auch Tamuras Bruder befand. Am Nachmittag entdeckte das Überwachungsteam einen Mann, auf den die Beschreibung auf dem Video passte und der auf jemanden zu warten schien. Da sie vorsichtig waren, folgten sie ihm zu einem zweistöckigen Haus in der Nähe, das nur 750 Meter vom Bahnhof entfernt lag. Der Mann ging in seine Wohnung und wurde von den Polizisten verfolgt. Als die Beamten an der Tür klopften, rochen sie einen ekelhaften Geruch. Als die Tür aufschwang, bot sich ihnen ein düsterer Anblick. Tamuras Bruder bemerkte sofort ihre weiße Tasche darin. Als er nach Tamura gefragt hatte, deutete der Mann mit einer Geste auf den Eisschrank, was auf ihre Anwesenheit schließen ließ. Der Grundriss der Wohnung war einfach, aber gleichzeitig auch beunruhigend. Beim Betreten der Wohnung befanden sich links ein Badezimmer und eine Küche, darüber ein kleiner Dachboden. Dies war auch das Wohnzimmer, in dem die schreckliche Entdeckung gemacht wurde. Die Polizei fand acht Kisten. Und als sie auf Anweisung des Mannes die Gefriertruhe öffneten, entdeckten sie ein monströses Bild. Unter den Schichten von Katzenstreu befanden sich menschliche Köpfe, Beine, Arme und verschiedene Knochen. Die Überreste derjenigen, die vor einiger Zeit verschwunden waren. Eine schnelle Untersuchung von acht Kisten im Wohnzimmer ergab, dass sieben von ihnen zerstückelte menschliche Knochen enthielten und die achte ein chaotischer Haufen war. Der Mann wurde sofort festgenommen und eine große Anzahl von Polizeibeamten traf am Tatort ein und begann mit einer offiziellen Untersuchung. Am Tatort fanden sich neben der Kiste mit den giftigen Substanzen in den anderen sieben Kisten insgesamt neun menschliche Köpfe und 240 Knochen, die einen unerträglichen Verwesungsgestank verströmten. In dem blutgetränkten Badezimmer fand die Polizei außerdem eine Säge, eine Schere, ein Seil und eine Reihe anderer belastender Werkzeuge, sowie mehrere Paar Schuhe und Ledergeldbörsen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass von den neun Opfern eines männlich war und alle zerstückelt waren. Die Todesursachen sind noch nicht geklärt. Der letzte Todesfall liegt weniger als zwei Wochen zurück, der erste sogar etwa drei Monaten. Als sich die Nachricht verbreitete, versammelte sich eine ganze Menschenmenge, darunter viele Journalisten vor dem Haus, und die Polizei war gezwungen, den Tatort mit einer blauen Plane abzudecken. Die von den Beamten befragten Nachbarn gaben an, dass es keine ungewöhnlichen Geräusche gab, die nicht mit der Nähe der Bahnlinie zusammenhingen. Allerdings hatten viele Anwohner einen unangenehmen Geruch wahrgenommen, seit sich ein Mann im ersten Stock des Gebäudes niedergelassen hatte. Am 9. November 2017, 16 Tage nach dem Vorfall, hatte die Polizei neun Opfer durch DNA-Übereinstimmungen identifiziert. Es handelte sich um Miura Mitsuki, eine 21-jährige Büroangestellte aus Atsugi in der Präfektur Kanagawa, die 15-jährige Oberschülerin Hongi Ishihara und weitere Personen im Alter zwischen 17 und 26 Jahren, von denen viele an psychischen Erkrankungen litten. Der Fall schockierte die japanische Gesellschaft und warf die Frage auf, wie es dem Täter gelang, innerhalb weniger Monate neun aufeinander folgende Morde zu begehen. Die Identität des Verdächtigen wurde später aufgedeckt. Takahira Shiraishi, der im Oktober 1990 in der Stadt Zama geboren wurde, wurde zur zentralen Figur in einer Reihe von grausamen Verbrechen. Er war 27 Jahre alt, arbeitslos und lebte nur etwa drei Kilometer von seinem Elternhaus in Zama City entfernt. Sein Lebensweg war von komplexen Zusammenhängen und düsteren Ereignissen geprägt. Takahiras Familie, bestehend aus seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester, führte ein scheinbar gewöhnliches Leben. Sein Vater arbeitete als Autoteileverkäufer und seine Mutter war Hausfrau. Doch hinter diesem äußeren Erscheinungsbild verbarg sich bei Takahira eine tiefsitzende Selbstbezogenheit und die Missachtung der Gefühle anderer. Seine Kindheit war von Unnahbarkeit geprägt. In der Grund- und Mittelschule war er zurückgezogen und selbst auf seinem Abschlussfoto kaum zu sehen. Familiäre Unstimmigkeiten, die in der Scheidung seiner Eltern gipfelten, führten dazu, dass Takahira sich entschied, bei seinem Vater zu leben. In dieser Zeit schwänzte er die Schule oft und nahm Teilzeitjobs an, um unabhängig zu werden. Während dieser Zeit unternahm er einen erfolglosen Versuch, sein Leben mithilfe von glühender Holzkohle zu beenden, zusammen mit anderen, die ähnliche Absichten hatten. Nach seinem Schulabschluss bekam Takahira einen Job in einem Supermarkt, wo er als harter Arbeiter und sehr verantwortungsbewusst beschrieben wurde. Später wechselte der Mann zu einem Elektronikhersteller. Zur gleichen Zeit tauchte er in die dunkle Welt der Zuhälterei ein und ließ sich mit zwielichtigen Persönlichkeiten ein. Im August 2012, im Alter von 22 Jahren, ging Takahira in das berüchtigte Kabukicho-Viertel in Tokio, ein Zentrum der Erwachsenenunterhaltung. Dort nahm er einen Job an, bei dem er Frauen für eines der dortigen Etablissements besorgte. Takahira verdiente ein gutes Einkommen von bis zu 300.000 Yen, etwa 2.000 Dollar, einschließlich Vermittlungsgebühren und Provisionen. Trotzdem hatte er aufgrund seines extravaganten Lebensstils nur wenig oder gar keine Ersparnisse. Im Februar 2017 kam der Wendepunkt, als Takahira in Kabukicho wegen Mädchenhandels verhaftet wurde. Daraufhin wurde er zu zwölf Monaten Haft auf Bewährung und drei Jahren Bewährung verurteilt. Während seiner Bewährungszeit arbeitete er eine Zeit lang für ein Logistikunternehmen, bevor er in die Stadt Tsama in der Präfektur Kanagawa zurückkehrte. Nach seiner Rückkehr begann Takahira, ein zurückgezogenes Leben zu führen und verbrachte seine Tage in einem abgedunkelten Raum, vertieft in die Welt des Internets. Eine solche Abgeschiedenheit ist in der japanischen Kultur nicht ungewöhnlich und ist auf verschiedene gesellschaftliche Zwänge zurückzuführen. Mit einer tragischen Statistik von 70 Selbstmorden pro Tag steht Japan in dieser Hinsicht an erster Stelle in der Welt. Tahira nutzte die dunklen Strömungen im Internet, wo Tod und Selbstmord heiß diskutiert wurden. Er richtete fünf Konten in sozialen Netzwerken ein, eines für öffentliche Diskussionen über diese schmerzhaften Themen und vier für die persönliche Kommunikation. Der Mann manipulierte diese Konten geschickt, um mit gefährdeten Menschen in Kontakt zu treten. Von diesem Zeitpunkt an begab sich Takahira Shiraishi auf eine grausame Reise, bei der er die Schwachstellen der Verzweifelten ausnutzte und den Grundstein für seinen späteren Abstieg zum Mörder legte. Im August 2017 kreuzte sich der Weg des 27-jährigen Arbeitslosen Takahira Shiraishi mit dem von Miura Mizuki, einer 21-jährigen Büroangestellten. Mizuki, die in der Highschool gemobbt wurde, litt unter Anpassungsstörungen und suchte oft Trost in den dunklen Ecken der sozialen Medien. Hier knüpfte sie Kontakte zu Gleichgesinnten, die ihre düsteren Gedanken teilten. Das Schicksal entschied, dass Mizuki bei einem geplanten Gruppenselbstmord am Strand nur knapp dem Tod entging. Dieser Vorfall führte sie zu Takahira und einer anderen Online-Bekanntschaft, dem 20-jährigen Takugo Nishinaki. Das Trio traf sich in einem Park und plante, gemeinsam Selbstmord zu begehen. Nach reiflicher Überlegung beschließt Nishinaki jedoch, sich von seinem Vorhaben zurückzuziehen und ein neues Leben zu beginnen. Mizuki, die über Nishinakis Weggang traurig ist, teilt Takahira mit, dass auch sie nicht weitermachen wird. Im Laufe der Zeit entwickelte Takahira jedoch eine enge Online-Beziehung zu Mizuki und entdeckte dabei ihre beträchtlichen Ersparnisse. Da er in ihr ein romantisches und finanzielles Ziel sah, schmiedete er sorgfältig einen teuflischen Plan. Takahira besorgte sich Werkzeuge, eine Säge, ein Seil und mietete eine Wohnung in der Nähe des Bahnhofs Sobodaimai, der später als Schauplatz seiner brutalen Taten berüchtigt wurde. Die Zugänglichkeit der Wohnung und die fehlende Überwachung machten sie zu einem idealen Ort für die Verwirklichung seiner kriminellen Absichten. Unter dem Vorwand, eine Kaution für die Wohnung hinterlegen zu müssen, überredete Takahira Mizuki, ihm 5000 Yen, etwa 3500 Dollar, zu leihen. Drei Tage nach seinem Einzug verabredete er sich mit ihr in der Wohnung. Dort gab er ihr Schlaftabletten, und als sie einschlief, tötete er sie vorsätzlich mit einem Seil, das er vorbereitet hatte. Anschließend vergewaltigte der Mann die Leiche des Mädchens mehrfach. Angesichts der Konsequenzen verbrachte Takahira drei Tage damit, Mizukis Leiche in der Badewanne sorgfältig zu zerstückeln. Als der Verwesungsprozess einsetzte, begann er, die Körperteile im Kühlschrank zu lagern. Nacht für Nacht entsorgte er die Überreste diskret in nahegelegenen Mülltonnen. Die Schwierigkeit, den Kopf abzutrennen und zu entsorgen, veranlasste ihn, Eisboxen und Katzenstreu zu kaufen, um den Kopf darin zu verstecken. Am 28. August 2017 ging Takahiro Shiraishis grausame Verbrechensserie weiter. Diesmal war sein Opfer eine 15-jährige Schülerin, Hongi Ishihara. Ishihara war ein zurückgezogenes Mädchen, das gerne neue Freunde im Internet kennenlernte. In der Mittelschule stritt sie sich oft mit ihrer Mutter über ihren Unterricht, und nach einem besonders heftigen Streit lief sie von zu Hause weg. In dieser Zeit, in der sie verletzlich war und in den sozialen Medien surfte, lernte sie Takahira kennen. Nach seinem üblichen Modus lockte er sie in seine Wohnung, wo er die gleichen skrupellosen Handlungen wie bei seinem vorherigen Opfer wiederholte. Das mysteriöse Verschwinden von Mitsuki und Ishihara beunruhigte ihre Familien, die schnell die Behörden alarmierten. Die Ermittlungen ergaben einen erschreckenden Zufall. Die letzten Spuren ihrer Handys wurden in der Nähe des Bahnhofs Sobudaimai in der Stadt Zama gefunden. Trotz einer gründlichen Suche in der Umgebung fand die Polizei keine Hinweise. Takahira, der sich in seiner Wohnung verkrochen hatte, blieb unentdeckt. Die Geschichte des 20-jährigen Takugo Nishinaki, eines jungen Mannes mit ausgeprägtem Autismus, wurde zu einer weiteren schrecklichen Tat. Eine schmerzhafte Trennung von ihrer Freundin führte zu seinem Krankenhausaufenthalt. Eine anschließende Begegnung mit seiner Ex-Freundin brachte ihn an den Rand eines Selbstmordes, der glücklicherweise abgewendet werden konnte. Probleme bei der Arbeit verschlimmerten seine Verzweiflung und brachten ihn erneut dazu, über den Tod nachzudenken. Takugo, der Mitsuki kannte, schrieb Takahira eine SMS, als er sie nicht erreichen konnte, und sie vereinbarten ein Treffen. Danach schwand Takugos Wunsch, sich von seinem Leben zu trennen, überraschenderweise, und er informierte sogar Takahira über seine neu gewonnene Entschlossenheit, sein Leben weiterzuleben. Doch Takahira, der in ihm eine potenzielle Bedrohung witterte, die ihn mit Mitsukis Verschwinden in Verbindung bringen und so die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ziehen könnte, handelte schnell. Er lockte den Jungen unter dem Vorwand eines Routinetreffens in seine Wohnung, betäubte ihn mit illegalen Substanzen und tötete ihn auf die gleiche Weise wie Mitsuki und Ishiharu. Mit drei Opfern in seiner Wohnung wurde der Verwesungsgeruch unerträglich. In einem verzweifelten Versuch, den Geruch zu überdecken, versuchte Takahira, die Überreste zu kochen, aber der Gestank blieb bestehen. Obwohl die Nachbarn den üblen Geruch wahrnahmen, schrieben sie ihn der nahegelegenen Kanalisation zu und stellten keine weiteren Nachforschungen an, sodass Takahira ungestört seine abscheulichen Taten fortsetzen konnte. Nachdem er drei abscheuliche Verbrechen begangen hatte, hörte Takahira Shiraishi nicht auf und setzte seinen blutigen Weg fort. Bald fand er über das Internet eine romantische Partnerin, die ohne von seinen dunklen Taten zu wissen in seine Wohnung einzog. Takahiros nächstes Opfer war eine 19-jährige Universitätsstudentin, Saraki Hinako, die unter psychischen Störungen litt, die durch den starken Druck ihrer Mutter verursacht wurden. Am 15. September 2017 nutzte Takahiro eine Gelegenheit, bei der seine Freundin nicht zu Hause war, und lockte Saraki Hinako in sein Versteck, wo er sie erwürgte, vergewaltigte und ermordete. Kurz darauf überfiel Takahira die 26-jährige Hitomi Fujima, eine geschiedene Frau, die unter der Behinderung ihres Kindes und instabilen Familienverhältnissen leidet. Ihre Verzweiflung, die sie in den sozialen Medien inmitten einer zweiten Scheidung und eines erzwungenen Umzugs zum Ausdruck brachte, zog Takahiras räuberischen Blick auf sich. Ihre Begegnung nahm eine unheilvolle Wendung, als Hitomi einen Anruf von ihrem Ex-Mann erhielt, der um ein Treffen bat. Takahira dachte, dass dieser Anruf seine Pläne durchkreuzen könnte und beschloss, ihr Leben schnell und rücksichtslos zu beenden. Um den Geruch, der von seinen Opfern ausgeht, zu reduzieren, erfand er ein ausgeklügeltes Belüftungssystem für die Wohnung. Seine rücksichtslosen Angriffe forderten vier weitere Opfer. Insgesamt tötete er neun Menschen. Die neunte Kiste am Tatort war glücklicherweise leer, sie war für das zehnte Opfer bestimmt, aber das rechtzeitige Eingreifen der Polizei verhinderte eine weitere Tragödie. Aufgrund der Komplexität des Falles und der Notwendigkeit einer sorgfältigen Beweisaufnahme verzögerte sich der Beginn des Prozesses um fast drei Jahre. Am 30. September 2020 begann schließlich die Anhörung vor einem Gericht in Tokio, wo Takahira erklärte, Ich bedauere, dass ich einige meiner Opfer, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, getötet habe und ich möchte mich bei diesen Familien entschuldigen. Aber was die anderen angeht, bereue ich wirklich nichts. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich versagt habe, als ich gefasst wurde. Der Mann hat inzwischen gestanden, neun Menschen getötet und zerstückelt zu haben. Takahira behauptete, sein Motiv sei Intimität gewesen. Er wollte die Verletzlichkeit seiner Opfer ausnutzen, um sie zu manipulieren und zu missbrauchen, seine Fantasien zu befriedigen und sich keine Sorgen zu machen, dass sie seine Annäherungsversuche zurückweisen könnten. Sein Verteidiger beantragte eine Strafmilderung wegen seiner angeblichen psychischen Probleme. Das Gericht sah jedoch keinen Grund für eine Strafmilderung und verurteilte Takahiro Shiraishi am 15. Dezember 2020 zum Tode. Nach dem Urteilsspruch legten die Anwälte des Mannes Berufung ein, die Takahira jedoch drei Tage später wieder zurückzog. Er erklärte, er wolle seine Angehuerigen nicht unnötig beunruhigen, indem er das Verfahren in die Länge zieht. Außerdem erklärte er, dass alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Wahrheit entsprächen und er keinen Einspruch gegen das Urteil einlegen wolle. Das japanische Amt, das für die Nutzung der sozialen Netzwerke verantwortlich ist, hat seine Regeln inzwischen überarbeitet und Inhalte, die mit Selbstmord und Selbstverletzung zu tun haben, verboten und dafür gesorgt, dass alle Verstöße umgehend entfernt werden. Dieser schreckliche Fall unterstreicht die Unantastbarkeit des Lebens und die Bedeutung der Widerstandskraft im Angesicht der Verzweiflung. Er erinnert uns daran, in den schwierigsten Momenten des Lebens Hilfe und Unterstützung zu suchen, da sich die Umstände ändern können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.